Endlich ist es soweit. Der Togospaßtag ist wieder im Phantasialand. Freut ihr euch? Der Togospaßtag ist wieder im Phantasialand. Du musst die Messenina anziehen. Ganz schnell. Messenina, so viel wie möglich anziehen lassen. Und es muss sehr schnell gehen. Und alle nehmen mal die Hände hoch und feuern die Kandidaten an. Ihr dürft mal klatschen. Kandidaten. Kandidaten. Schleller, schneller, schneller, schnell gehen. Ihr müsst so viel wie möglich anziehen. Schneller. Die letzten Sekunden, ihr müsst noch mal krach machen. Genau, sitzt hier noch auf. Wunderbar. Und das war's. 4, 3, 2, 1. Die erste Sportart. Los geht's. Los, Penny. Was macht der Penny vor? Hockey. Hockey, lass mich gelten. Eishockey ist richtig. 1 zu 0. Wie heißt das? Was macht der Penny vor? Schnell, sagt es. Gebe ich sieben. Gebe ich sieben, 12, Leute. Jungs, sieben. Oh. Ich kann es nur nachdenken. Ich bin los, die nächste Kandidaten. Ich kann es nur nachdenken. Ihr skinner, jeans und beden. Is ein richtiges Beispiel. Ich kann es nur nachdenken. Bist du dich nicht? Ich kann es nur nachdenken. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wir haben uns viel Spaß gemacht und wir sehen uns nachher hoffentlich wieder. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann.